Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Heute ist ein Tag, an dem du dich von der Ernsthaftigkeit lösen und dich dem Lachen hingeben kannst, Fische. Lass alle Hemmungen fallen und tauche in fröhliche Momente ein. Organisiere einen Spieleabend bei dir zu Hause und lade deine engsten Freunde ein, mit dir Karten zu spielen, zu lachen und bis spät in die Nacht leckere Sachen zu naschen. Es ist eine Zeit, in der du Spaß haben und dich frei ausdrücken kannst, denn deine fröhliche Art hat eine enorme Kraft, die Menschen um dich herum zu ermutigen. Teile dein Lachen großzügig und beobachte, wie sich die positive Energie wie ein Lauffeuer ausbreitet. Inmitten der Aufregung und des Trubels auf dem Planeten fällt es dir vielleicht manchmal schwer, dich auf die Hauptbotschaft oder die übergeordneten Ziele zu konzentrieren. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um zu erkennen, wie wichtig es ist, sich selbst etwas Gutes zu tun. Setze Prioritäten für dein körperliches und geistiges Wohlbefinden Kümmere dich um deinen Körper mit der richtigen Ernährung, Sport und Ruhe Kultiviere einen gesunden Geist durch Achtsamkeitspraktiken und Selbstfürsorge Die Schaffung eines harmonischen häuslichen Umfelds wird dein persönliches Wachstum und deine Fähigkeit, einen positiven Beitrag zum kollektiven Wohl der Gesellschaft zu leisten, weiter fördern. Nach einer Periode, in der du dich festgefahren gefühlt und Rückschläge erlebt hast, bewegt sich der Zug des Fortschritts in deiner Karriere jetzt wieder vorwärts. Das signaliert Wohlstand und Wachstum an der beruflichen Front. Nimm deinen Weg selbst in die Hand und ergreife die Chancen, die sich dir bieten. Vertraue auf deine Fähigkeiten und arbeite fleißig daran, deine Ziele zu erreichen. Erfolg und Erfüllung warten auf dich, während du diese neue Phase des Aufstiegs meisterst. Die heutige Atmosphäre kann dich mit einem Hauch von Zauberei ablenken, sodass es schwierig ist, sich zu konzentrieren. Deine Gedanken driften in ein Reich der Fantasie ab, das sich oft um eine besondere Person dreht, die eine romantische Anziehungskraft auf dich ausübt. Auch wenn es leicht ist, sich in Tagträumen zu verlieren, solltest du etwas unternehmen und Zeit mit dieser Person an einem besonderen Ort verbringen. Das romantische Potenzial, das in der Luft liegt, deutet auf eine Gelegenheit für eine Verbindung und herzliche Momente hin, die du dir nicht entgehen lassen solltest. Nimm das Potenzial für angenehme Überraschungen wahr, die deine Stimmung heben und deinen Tag erhellen werden. Wenn du deinen täglichen Aktivitäten nachgehst, sei offen für eine unerwartete Begegnung mit einem alten Freund oder eine zufällige Gelegenheit. Nimm diese Schicksalsschläge mit offenem Herzen und offenem Geist an und erkenne, dass sie das Potenzial haben, neue Möglichkeiten zu eröffnen und verborgene Wege auf deiner Reise zu offenbaren. Bleib empfänglich für die Magie des Universums und du wirst feststellen, dass diese Überraschungen dein Leben mit einem neuen Gefühl des Staunens und der Aufregung erfüllen. Wenn der Mond von Schütze in Steinbock übergeht, ist das Glück auf deiner Seite. Genieße diese glückliche Zeit und stütze dich auf die positive Energie, die deine finanziellen Bemühungen unterstützt. Deine finanzielle Situation könnte sich schon bald verbessern und ein gut gewähltes Vorhaben könnte sich als lukrativ erweisen. Deine kreativen Bestrebungen sind stark, aber vergiss nicht, dich an Projekten zu orientieren, die mit deinen spirituellen und seelischen Werten übereinstimmen. Wenn du deinen authentischen Leidenschaften treu bleibst, wirst du Erfüllung finden und einen positiven Einfluss auf dein persönliches Wachstum und die Welt um dich herum haben. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den Tag ein. Lassen wir uns auf die Geheimnisse ein und vertrauen wir darauf, dass die empfangenen Botschaften uns zu Wachstum und Verständnis inspirieren werden. Die Karte der Liebenden steht für Liebe, Partnerschaft und Harmonie. Diese Karte deutet darauf hin, dass du heute ein starkes Gefühl der Verbundenheit mit anderen erleben wirst, sei es in einer romantischen Beziehung, einer Freundschaft oder einer Partnerschaft. Sie steht für eine Zeit, in der du die Liebe umarmst und die Bindungen zu deinen Mitmenschen vertiefst. Die Karte der Liebenden ermutigt dich, Entscheidungen aus einem Gefühl der Liebe und Einheit herauszutreffen. Sie erinnert dich daran, Harmonie und Gleichgewicht in deinen Beziehungen zu suchen und die Schönheit emotionaler Verbindungen zu schätzen. Neben den Liebenden haben wir die Sechs der Schwerter. Diese Karte steht für den Übergang, das Weitermachen und das Finden von Frieden. Sie steht für eine Zeit, in der du die Vergangenheit hinter dir lässt und dich auf eine ruhigere und friedlichere Zukunft zubewegst. Die Sechs der Schwerter lädt dich dazu ein, den Prozess des Übergangs anzunehmen und emotionalen Ballast loszulassen, der dich vielleicht belastet. Sie erinnert dich daran, dass du ein Gefühl des Friedens und der Heilung finden kannst, wenn du das zurücklässt, was dir nicht mehr dient. Die Liebenden und die Sechs der Schwerter bilden zusammen eine Kombination aus Liebe, Harmonie und dem Potenzial für emotionale Heilung und Wachstum. Die Liebenden betonen, wie wichtig tiefe Beziehungen zu anderen sind, während die Sechs der Schwerter die Notwendigkeit unterstreicht, die Vergangenheit loszulassen und einer friedlicheren Zukunft entgegenzugehen. Nimm heute die Energie der Liebenden an, indem du deine Beziehungen pflegst und dich um Harmonie und Einigkeit mit den Menschen bemühst, die dir wichtig sind. Bringe Liebe und Wertschätzung für die emotionalen Verbindungen zum Ausdruck, die du hast. Gleichzeitig verkörpere die Energie der Sechs der Schwerter, indem du emotionalen Ballast aus der Vergangenheit loslässt und dich auf den Prozess des Übergangs einlässt. Finde Frieden, indem du zurücklässt, was dir nicht mehr dient, und blicke in eine ruhigere und gelassenere Zukunft. Diese Deutung steht für einen Tag der Liebe, der emotionalen Heilung und des Potenzials für Wachstum. Mach dir die Energie der Liebenden zu eigen, indem du die emotionalen Verbindungen, die du mit anderen hast, feierst. Nutze die transformativen Qualitäten der Sechs der Schwerter, wenn du die Vergangenheit loslässt und dich auf eine friedlichere und harmonischere Zukunft zubewegst. Denke daran, Entscheidungen aus einem Ort der Liebe und Einheit herauszutreffen, und sei offen für den Prozess der emotionalen Heilung und des Wachstums. Wenn du die Qualitäten der Liebenden und der Sechs der Schwerter kombinierst, kannst du den Tag mit einem Gefühl der Vertiefung von Verbindungen, emotionaler Befreiung und dem Potenzial, Frieden und Gelassenheit in deinen Beziehungen und deinem Leben zu finden, meistern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017